Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video meine Freunde, Alex und meine Freunde von 187, mein Homie, Mann. Vorher gegen Flizzy, Mann. Flizzy, du hast die Schwulen die Falschen angelegt, Mann. Zuerst mit Bones, und jetzt willst du mit Alex Stress machen, Mann. Du weißt schon, dass sie dich ausknipsen können wie eine Kerze, Mann. Machen die einmal und du bist weg, Flair, Mann. Das schiebt keinen Harten, Mann. Am meisten nicht bei ihm nur ein Boss und 187, Mann. Dann machst du blablabla und du bist weg, Mann. Also überlegst dir, Flizzy, mit wem du dich anlegst, Mann. Deine Zeiten sind vorbei, Mann. Du, Akko, Berlin warst, wo du weggemacht hast. Jetzt bist du ein ganz normaler Trap-Rapper, Mann. Hast du gehört? Das überträgt nicht so, Mann. Du hast dich in den Falschen angelegt, Mann. Nicht nur mit 187, sondern mit Juna zum Boss, Mann. Das ist jetzt zum nächsten Thema, meine Freunde. Unser guter SSAO, ihr wisst doch bescheuert. Ihr wisst doch bescheuert, das N, das N-Wort, ihr wisst doch bescheuert, Mann. Alles oder nix, Mann. Ihr kommt so eine 13.000 Euro Strafe wegen Ott, meine Freunde, Mann. Ihr war wieder am Puschen, die Packs, Mann. Wie unser guter Freund Alex sagen würde, viele, viele bunte Packs. Ihr wisst doch bescheuert, Mann. Und deswegen muss der zweite Punkt einbeziehen. Ja, was ist das? Okay, meine Freunde, das war's wiederum, wie du von Nudeln. Abonnieren und liken, ich vergesse meine Freunde. Und tschau, Mann. Abonnieren und liken, ich vergesse meine Freunde.